Habt ihr Lust auf richtig keilen Rock'n'Roll? Einer der besten Rock-Shouter, die jemals auf den Bühnen dieser Welt standen. Er hatte seine ganz große Zeit in den 70ern und 80ern. Er war die Stimme von Manfred Manns Earth Band. Und er ist da, er war nie weg. Er hat sich mit Jungs aus Norwegen zusammengetan und bringt uns heute alle Superhits aus seinen großen Zeiten, auch aus seiner Solo-Zeit. Und ich verspreche euch, richtig geile, handgemachte Musik. Wir freuen uns, dass wir ihn präsentieren können hier beim Hofbrau-Fest von Wolters auf der Radio-SAW-Bühne. A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! A very warm welcome right now from Mr. Chris Thompson in Band! Musik 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 piano gettin' your lips You wait a ride Another five Walker śl Musik 音 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020